Hallo, ich bin Ricardo. Willkommen in unserem Action-Freund. Heute zeige ich euch ein paar Einblicke in meine Ausbildung. Wir sind hier auf der Baustelle und verlegen neue Abwasserdruckrohre. Wir haben die Straße aufgeschnitten mit einem Fugenschneider und ausgestemmt. Wir haben die Gruben hergestellt. Wir haben die Abwasserdruckrohre positioniert. Wir haben die Rohrsohle hergestellt. Die Rohrsohle ist die Auflage für das Rohr. Wir haben Boden auf die Druckwasserrohre gepackt und verdichtet. Ich hoffe es hat euch gefallen und vielleicht sieht man sich irgendwann mal auf einer Baustelle. Ich hoffe es hat euch gefallen.